Oh, Platin ist so... Weißt du, ich seh schon den typischen TFT-Spieler-Kommentar so... Oh, Platin, da bist du ja ein Pisskind! Ich so... Genau! Uiuiuiuiui! Ist Zeit für Matchpoint! Gold 1, 86 LP. Ergo, egal, ob ich... Ich muss einfach noch Vierter werden. Irgendwie Vierter oder was weiß ich... Wär schon genug für Platin. Here we go! Schade, keine sonderlichen Namensgerätschen. Ich mag das immer, wenn ich irgendwie... Super-Gurke 3000 im Team hab oder sowas. Und irgendwer spielt schon mal schon wieder über McDonalds-WLAN. Okay, was haben wir da? Completed Anvil, Free Cost oder Training Stummys. Normalerweise geh ich immer mit dem Meme. Which is Training Stummys, but... I kinda wanna win this. Completed Anvil ist auch nicht schlecht, aber ich mag das irgendwie nicht, early schon ein komplettes Item zu haben. So eine Dreier-Unit gibt dir immer so eine grobe Idee, was du gehen kannst, sag ich mal. Und... Ja, es ist für den Anfang aber nicht bad. So, nur hast du einen guten kleinen Icon-Boost. Let's do this. Wex. Okay. Aka, die längste 1-2er-Runde. Oh! Oh! Oh, jemand scheint es gut mit mir zu meinen. Remover. Amumu-Remover. Wir könnten die richtige Emo-Zone gehen. Aber 4er-Emo ist jetzt... Emo-Runterrennen ist, glaube ich, nicht das Schlauste, was wir machen könnten. Okay, jetzt gibt's mir aber Mixed Messages hier. Okay. Ah, sehr Mixed Messages. Heartsteal, ey? Executioner. It's not bad. Emo-Executioner. Wenn wir jetzt noch einen Guardian rein splicen könnten, though. Nimm dich mal mit. So was wie Cannon oder so wäre nicht schlecht. Deswegen, ich glaube, dich brauche ich gar nicht. Und du machst zur Not deinen Job. Oh, okay. Wir haben nur ein Item bekommen, though. Pandora's Items. I don't have any. Free Company. Sleight of Hand. Auf jeden Fall, das hier nicht. Support Cash. Sure. Oh, Locket. Oh, ja, Locket is good. Auch wenn wir jetzt gerade... Ah, du bleibst. Oder nehmen wir... Nehmen wir mal Yone. Du darfst bleiben. Du darfst gehen. Das war halt schon... Fast Vex auf zwei haben wir schon irgendwo insane. Das ist aber irgendwie noch keine richtige Richtung, die ich gehen kann. Könnte ein Crowd-Diver laufen. Sollte eigentlich mal dann Evelynn mitnehmen. Großer, großer, böser Mann. Spear auf Samira, though. Sehe ich ja nicht so. Wir haben halt jetzt mit Amumu eine echt starke Anfangs-Lane. Mit dem Locket zusammen? Da kommt nicht so viel vorbei. Sollte. Da ist nochmal ein Guardian. Das wäre natürlich auch nicht schlecht. Aber tatsächlich wäre mir gerade zwei... Ein zweiter Crowd-Diver lieber. Wir könnten legitim Crowd-Diver damit... Executioner Crowd-Diver runterrennen. Das ist jetzt natürlich ein bisschen... Weirder-Comp. Das could work, though. Ich nehme dich einfach mal mit gerade. Aber ich glaube, euch kann ich mal... Beziehungsweise der Any-Angle... Darf auch sich verabschieden. Es wäre auf jeden Fall eine Comp, auf die mich... Wenig Leute contesten würden. Weil es halt... Echt funky ist. Das ist gar nicht mal so schlecht. Kind of liked this for now. Damit wären wir jetzt mit einem weiter schon auf Crowd-Diver 4. Das ist 30% extra. Das ist a lot of damage. Kind of liked that. Gut, Guardian können wir uns auch später... Was besseres holen als Cannon. Weil Cannon passt hier eigentlich nicht so wirklich rein. Wir brauchen echt irgendwie... Wir müssen mal gucken, ob wir vielleicht später irgendwie sowas für Items kriegen. Weil jetzt gerade... Ein Item ist halt... Ist gar nichts. Aber es scheint zu funktionieren. Works for now. Unser Ziel ist einfach nur... Wir müssen in diesen... In diesen Top 50% bleiben. Das ist unser Ziel. Und scheinbar haben dieses Ziel gerade noch die anderen auch. Ah, nee. Okay. Das hätte mich jetzt auch gewundert. Tatsächlich. Den hätte ich tatsächlich genommen. Ich nehme aber so gut wie alles eigentlich. Ich glaube, ich nehme... Taking the sword. I don't take the sword then. I take the tear then. Guten Dank dafür. Der Accelerator? Ja. Ich wollte gerade sagen, was dieser... Was ist der so schnell? Okay. Icon steht. It's nice. Can't deal with this. Wie lange geht das? Weit genug. Nice. Katharina wäre noch nice. Später wird Evelynn sowieso wahrscheinlich ausgetauscht. Aber ein Guardian jetzt für 6 wäre, glaube ich, gar nicht mal bad. Und dass wir dann halt Akali später mit Twitch austauschen. Oder Kartos. Je nachdem, was wir bekommen. Oh. Bruder geht early... Early Disco. Und macht mich wahrscheinlich damit auch. Ja, der macht mich damit sogar... Selbst ich habe weniger als eine Early Disco Dazzler Combo. Nice. Ah, der hat auch good old Razzle Dazzle. Das ist sehr nice. Das ist äußerst nice. 20% Lucky. Ich möchte aber, glaube ich, das... Ah, ne. Das ist schon okay so. Der Bub hält das schon aus. Was fährt ihr eigentlich? Ja, der so... Hardsteel. 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 Fucking everyone. Okay, du hast immerhin mal deine Units ausgetauscht und dein Tahm Kench ist ein fucking Beast. Ah, darfst du deinen Massen... Der ist dann nicht haben. Ah, es macht nix. Das kriegen wir. Ich habe Vertrauen. Yeah. We got this. Got this in the bag. Samira ohne Crit ist... Wie Erdnussbutter ohne Toast. Ah, schön. Das Portal bleibt wieder da. Wir haben jetzt gerade noch keinen wirklichen Plan. Ich nehme einfach Canon mit, einfach weil ich keine weiteren Optionsmöglichkeiten für Level 6 habe. Wie viel Schild gibt das Ding nochmal? Joa. So, komm. Wir brauchen ein paar Items. Not bad. Ja. Ja. Oh. Ja, wir brauchen auf jeden Fall einen AP Carry. Oh, I like that. I like that. Wir haben auch einen Remover. Das heißt, wir können Vex einfach mal Zeug geben. Ah, der möchte ich aber noch nicht. Wir haben... Wir haben... Gut. Wir sind gut dabei. Wir können eine Runde noch warten. Das Portal kann auch warten. Die Leere, die hat es nicht eilig. Eine ist noch... Der ist noch vier? Was? Bruder, spielst du mit? Okay, der hat jetzt schon eine volle Icon. Oh, Doppel Vex? Aber deine einzige Frontline ist ein Tam Kench. Und Doppel Vex ist halt... Ja... An sich macht Doppel Vex nichts, weil der Stun ist halt zeitgleich. So, ja. Dein Headliner-Effekt ist... Yeah. Aber du bist gerade ein solider Crowd-Diver für... Das, was ich... Oh... Oh, nicht Wellness-Trust. Ich meine Wellness-Trust. Gain... Gain-Free-Gold. Wellness-Trust ist pretty good. Hey, Ari. Sadly, I don't need you right now. Ich spiel Cannon jetzt einfach mal komplett falsch. Okay. Da liegen ganzen Iones. Auf Mr. Hartz. Oh, der hat nur Recruit. Alles Gute ist... Kriegt ein Momo sein Stun? Ja. Big Stun. Big Shack. Oh, maybe. Oh, maybe. Oh, maybe. Yeah, we got this. Das Portal glaubt an uns. Das Portal ist immer noch da. Warum ist dieses scheiß Portal immer noch da? Es ist immer noch da. Die Leere, sie ist immer noch da. Ich hab Angst. Ich hab auch seitdem noch nicht einen anderen Crowd-Diver gefunden. Das besorgt mich ein bisschen. Aber ist okay, ist okay. Wir haben Wellness-Trust. Wir müssen nur in der gehobenen Gesellschaft bleiben. Oh Gott, oh Gott. Ist das eine Wall. Toll. Opfer ich ein meiner... Ah, nice. Big Stun. Big Shack. Oh, boy. Ja, das ist... Das ist die Power von Pentakill. Nice. Damage minimized. Jetzt kriegen wir noch mal zwei wieder. Ist doch irgendwo da. Wären... Das sind sehr hohe Units generell. Jesus. Okay. Speed Lord. Nehme ich. Nehme ich. Mag ich. Schmeckt mir. Und Musik ist glitcht. Was ist denn mit diesem Set los? Entweder kommt mich das Portal... Das Portal ist immer noch da. Entweder kommt mich das Portal holen. Ha! That's better. That's a lot better. Tatsächlich hätte ich ja echt gerne später sowas wie Kartos, ne? Vielleicht gehen wir damit auch komplett weg. Mit dem Angle. Ich hab' auch noch nie Idee. Ne Okl. Äh... I'm giving you the... Okl. Was willst du eigentlich? Ich hab' noch nie Carry Z gespielt. Maybe wenn wir ein paar... Gute AD-Items kriegen. Mein, bislang kriegen wir nur AP-Stuff. Beschwer' ich mich nicht drüber. Aber gefühlt jeder in dieser Runde run-hard-steal. Ich geh' nicht Evelyn 3, obwohl... Das Spiel mich da gerade schon so ein bisschen hinforciert. Aber die Tatsache, dass ich immer mehr Wechsels krieg', gefällt mir. Ah ja, ich hab'n Gauntlet aufgegeben, da war ja was. Weißt du was? Hier. Halt mal. Ist nicht unbedingt das beste Item für dich, aber... Du kriegst noch was Besseres, glaub' mir. Früher oder später. Ah, ich find' schon noch was. Ok, der Typ hat noch TF nicht gefunden. Das ist... Gut. Man darf auch echt die Power von... Von Vex nicht unterschätzen. Vex hat'n... Ziemlich heftigen Damage-Output. Mit dem CC noch dazu. Wenn wir jetzt noch Crowd-Diver haben, haben wir einen echt fiesen CC. Oh. Oh nein, nicht du, 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 du. Hör auf, du zu machen! Du machst ihn nicht, dude. Das sind meine gehobenen Kreise. Das Portal ist halt immer... Dieses Portal tiltet mich ungemein. I swear to God. Dieses Portal ist es einfach da. Könnten natürlich Crowd-Diver 6, wenn möglich. Aber ich hab' noch nicht eine Katharina gesehen. Und wir müssten auf Kiana dann pokern. Yeah. Okay. Das ist ein guter Pull gewesen. Gun-Blade. Gun of Blades. Let's do this. Und... Für dich... Sind nicht die besten Tank-Items. But... Could be worse. Ich hätt' mal gern noch mal einen Yone. Wir heilen halt auch. Wir sind schon wieder auf 94 Leben hoch. Wir haben so gut geheilt dagegen jetzt. Ich bezweifle, dass wir Vex auf 3 kriegen. Das runnt irgendwie, glaub ich, eine gefühlte Menge, Leute. Einfach Vex. Das war aber ein sehr schöner Flächenstun gerade. Den krieg' ich nicht. Oh, der ging nicht mehr durch. Aber gut, das Pantheon ist wahrscheinlich je nicht gekillt. Then again, wir sparen jetzt nochmal wieder 2 Health ein. Nächste Runde sind wir Level 7. Ist auch gut. Und... Yeah, fuck that. Oh. Oh. No. Aber das ist eine Vex. Oh, Tured-Lode. Oh. Das ist fies. Exposed Weakness. Yeah, we go, we go, we go. Hä? Funky. Aber ich brauch' dich eher tatsächlich, wenn denn, als Plan B. Wobei ich jetzt mittlerweile eher am überlegen bin... Ne, ich versuche eher auf die 4er Executioner zu gehen. So was? Ich brauch' dann, Katharina, gar nicht nur mehr über dich mit. So, dass wir eventuell auf Executioner 4 runnen können. Ah, der hat Kartos schon. Then again, Vex macht einen echt sauguten Job. Aber gefühlt, jeder runnt hier gerade Vex. Was die Runde natürlich nicht leichter macht, aber... He is almost dead. Der überlebt die nächste Runde nicht eventuell. Und wir kriegen gerade... Wow. Wir kriegen gerade eigentlich alles, was wir brauchen. Noch eine Vex. What the fuck? Was ist mit den 1% Chancen gerade? Ich brauch' dich nicht, aber... Hey! What the fuck? The fuck's this round? Ich brauch' nur noch 2 Vex. Vex 3, ne? Knack' das richtig im Gesicht. Hardsteel Kragas, man kennt. Backstreets back on... Bläh! Ha, sehr schön. Wir beschmeißen uns gegenseitig mit Units. I like that. Vielleicht wär's auch ne schlaue Idee, jetzt unseren Headliner langsam zu wechseln. Slowly but surely. Ah, der hat überlebt. Gut, ich krieg sowieso nur, was überbleibt. Oh, und die Musik ist kaputt. Ich liebe es, wie die Musik kaputt geht. Ähm... To be honest... Give me the... Give me the sword. Vielleicht kriegen wir noch mal ein bisschen was... Für Zed. Wenn denn... Zed wär... Ich weiß nicht. Ne, wir müssen wenn denn sowieso 8 gehen. Ganz langsam. Bisschen rollen vielleicht auch mal wieder, weil... Zed hat Bock! Like, Zed hat Bock! Das ist unnormal! Du bist doch AD, ne? Ja, ich wollte gerade sagen. Zed ist sowieso manchmal ein bisschen merkwürdig, weil auf einmal hast du denn sowas wie... Äh, Cain, der Pure-RP-Schaden macht. Ach, du Kacke! Okay. Oh, mein lau hier weg da! Amumu ist erstaunlich tanky dafür, dass er echt... ...beschissene Items hat. Wow! Ist einfach nur durch die Backline-Units gestorben. Nix anderes. Oh, nice! War das Portal! Ist das immer noch da? Wir sind auf 90. Wir verlieren so... Ich gewinn genug, dass ich mich wieder hochheile. Das ist unnormal. Ich meine, wir können auch... Wenn wir die Units rechtzeitig finden, können wir auch... ...ähm... ...Niko wieder rausnehmen, weil Guardian brauchen wir nicht zwangsläufig. Executioner 4 wäre denn tatsächlich besser. Aber ich habe weder Akali noch Kathos gefunden. Hilfe! Oh Gott, der... Oh Gott, der hat eine... ...ne Lucky Gloves Round. And he's playing it. Not gonna lieb, ich fühl's. Wenn ich das Glück hab, mach ich's auch. Oh mein Gott, es sind immer noch alle da. Warum sind immer noch alle da? Meine gehobenen... Hm, Popi. Nee. Erst gucken, dass wir... ...dieses Portal. Bing, bing, bong, bong. Aber Crud, da war vier ist gut. Das würde ich tatsächlich behalten wollen. Es sei denn, ich find was Besseres. Oh, Geld. Ich mag Geld. I kinda like that. Hm, tank that one. So. Huh. Ja, I mean. Gonna get some Lindsay Sterling in this bitch. Bringt mir zwar... Bringt mir gerade gar nichts. Was mache ich da eigentlich? Ich hab nicht genügend Platz. Bin ich denn besoffen? Ja, Jin schießt jetzt einfach mal mit. Jin ohne Items ist sowieso... Ja. Das ist eine Zweier Wex. Kann ich die haben? Can I have? Ich mach dich trotzdem. Weißt du, was ich nehm? Glaube ich einfach Samira rein, statt Jin. Jin ohne seine Fähigkeit ist... ...nicht wert. Eine Wex noch. Ja, der Wurf ist ein bisschen mehr Frontline. Das ist wert, ein bisschen dafür ins Minus zu gehen. Weißt du was hier? You can have. Uh, der TF hat auf zwei? Ja. Uh, der könnte gefährlich werden. Aber seine Frontline besteht aus Pappe. Meine Leute sind mittlerweile schon in seine Bude eingebrochen. Oh, Zett ist an seinem TF dran. Ja. Hä? What? He dead. Oh mein Gott. Oh, die gehobenen Kreise. I am so sorry. This. Is. Funky. This. Is. Party. Yeah. Party time! Pfff! Oh, shit. Oh. Pfff! Nee, die Laui. Das ist ne Mauer. Das ist die Maui. Okay, aber small loss. Small. Oh mein Gott. Oh, we in this. Oh, we in this to win this. Ist da irgendwas, was ich haben wollen würde? Steraks, maybe? Ich hab's gesagt, ne? God fucking. Even better. Das ist Max 3. I am so stupid. Man muss mich erst zu meinem Glück zwingen. Weißt du was? Hier, für dich, Red. Okay. Ich könnt's sogar... Ja, weißt du was? Oh. We go beyond the clouds. Ich hab noch genügend Zeit. Ja. Amumu, beast. Amumu, beast. Beast, Mumu. Gigadigitation. Ja, wir warten jetzt einfach. Wir warten jetzt einfach, dass ich neun gehen kann. Solange nehmen wir mit, was wir mitnehmen können. By the way. Oh mein Gott, we're so close. Oh mein Gott, I'm so close. Oh, Platin ist so... Weißt du? Ich seh schon den typischen TFT-Spieler-Kommentar so. Oh, Platin. Du bist ja ein Pisskind. Und ich so... Genau. Das und nichts anderes. Das ist... Amumu ist beast. So viel hält er aber dann doch nicht. Oh, Gott. Final Reserves? The fuck is this? Oh, Gott damn it. Oh. Oh, Bro. God fucking Trotzkopf. Oh, er hat Trotzkopf. Eigentlich bin ich doof. Eigentlich hätte ich die ganze Zeit schon anders noch spielen können, aber... Get used to this. I am stu... Hallo? I don't need more Vex. There we go. Und... I think you will like that. Hmm? 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 Wir könnten Twitch austauschen. Ich kenne einen in der Comment-Section, der das nicht schön findet. Weißt du was? Dann machen wir es auch nicht. We don't. What a Kali, though. It's KDA, though. I have to. I'm sorry, Red-Fanbase. It has to be done. Wir müssen mit... Bessere Kreise. Hier kommen wir. Boah, aber vierter ist vielleicht nicht genug. Oh, das sind actually fucking gute Felder. Oh mein Gott, die sind perfekt. Sona, was willst du? Poppy hat auch Bock. Ich merke schon. Aber wenn, dann nehme ich Kartos jetzt mit. Haha, lustig, Zed. You have a weird sense of humor, Zed. Akali ist halt... Muss ich leider sagen, wenn wir jetzt vergleichen müssen, Twitch und Akali. Akali ist eine fucking gute Destructor-Unit. Die macht halt einfach Stress. Oh boy. Oh, bessere Kreise. Weißt du was? Scheiße, ich kann nicht. Okay. Kein fresh. We don't fresh things up. We do that, though. Das ist wichtiger. This is more important. By the way, what the fuck is sein Alken? Ist das eine Bohne? Das ist Lee Sin. Das soll Lee Sin sein? Ich dachte, das ist eine eingewickelte Bohne. Oh, ich bin dritter mindestens. Oh, bessere Kreise. Okay. Ich heile jetzt natürlich nicht mehr, weil ich mein Dings vergeigt habe. Aber das bringt jetzt eh nichts mehr. What? Oh, shit. Oh, shit. Yeah, da war ja was. Let's do this. I like that. No Kartos is my game plan. Nothing else. We go Kartos or we go Broke. Um. 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 just stole all of these items. Smite! Du bist echt anhänglich. Alter, wechselt doch einfach gerade drei Handschuhe. Dabei hat sie nicht mal drei Hände. Wobei doch, zwei für ihre Hände, einen für Shadow wahrscheinlich. Oh boy. Aber wir sehen Drake auf jeden Fall nochmal. Wir sehen nochmal den zweiten Elder Drake. Katos braucht ein bisschen zu lange. Ja, und dann ist halt Kayn durch. Das Gute ist ja, Kayn an sich macht nicht viel Damage. Close. Der Typ lebt von seinem Second Winter einfach. We can do this. Ich bin zuversichtlich. Wir müssen ein bisschen tankiger auf die Seite gehen. Das ist so das Einzige, was mir jetzt noch einfällt. Oder wir gehen komplett. Wir switchen ein bisschen generell um gleich. At this point, ich bin eigentlich zufrieden mit dem, wie es ausgeht. Wow, die Runde darf ich echt keine Dings haben, wa? Okay, das ist gut, though. Das ist super gut. Und, äh, hier. Come on, big money. Okay. Zit. Ich weiß, du hast Bock. Ich hab verplant. Ich hab verplant. Das ist der Typ. Oh, warte mal. Das... Oh, wait. This might not so bad. Oh, doch. Das ist very bad. I'm dead. Minus 12. Verlierst du mit mehr? Come on. Gehobene Kreise. Oh, mein Gott. Zweiter. Boom, baby. Yes. 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 We'll be right back. 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 Untertitelung des ZDF, 2020